so leute weiter geht's mit kämpfen gegen judo 2 wenn ich die steuerung und alles noch kann ich habe gestern mal noch mal probiert alles einzubauen an hardware und so und siehe da es hat funktioniert allerdings müsst ihr euch noch mit dem lauten lüfter umschlagen jetzt natürlich noch lauter als vorher ja da ich den anderen nicht eingebaut kriege also dann irgendwann kurz vor silvester sollte es dann einfach ruhiger werden in den parts jedenfalls da wo man nichts hört ja ich habe jetzt auch gar keine alten einstellungen mehr da ich windows 7 mit 64 bit system installieren musste damit ich die cpu nutzen kann und ja falls irgendwas scheiße ist das grafik das sound zu leise oder so naja die erste aufnahme einfach mal testen hier und ihr könnt ja schreiben ob irgendwas anders zu den anderen platz weil ich gucke mir die eigentlich selber gar nicht an ja mal schauen wie ich sie so rendern lässt mit der cpu aber erstmal jetzt wieder zurück hier zu yugi der ersten kampf gegen judo 2 schon fertig ein axträuber es ist so irre laute lüfter hat man schon immer gehabt ja und viel sagen kann ich jetzt irgendwie auch nicht was wir immer eine freie duelle sind ist ja eh immer das gleiche aber ich fange heute mit irgendeinem anderen ich weiß ja nicht ob ihr meine anderen dass vielleicht auch schaut hier diablo 2 und so weil mit dem typen der aber zwei mit mir spielt diese ab und zu mal spielt fange ich heute serie sammeln einfach nur so aus langer weile was wir jetzt immer so richtig geile spielen ich kann ihn noch nicht besiegen kacke mir wurde in den kommentaren und kommen geschrieben dass ich die hier kämpfe eigentlich im offscreen machen sollte aber warum sollte ich die kämpfe gehören eigentlich zum großteil des spiels und selbst wenn zur freie duelle sind aus dem ja wenn ich irgendwas tolles kriege da möchte das schon aufgenommen werden ja und deswegen nehme ich auch die kämpfe auf ich hoffe ja irgendwann mal im hundertsten part oder so storymäßig weiter machen sie können wenn ich endlich mal diesen doofen meter wehdrachen kriege an daher so kann man noch gut standschub sammeln vorigen der winter das hat man doch gar nicht ja was soll ich noch sagen die freien duelle sind öde die freien die freien mal schauen ob ich dieses Wochenende noch ein paar mehr Parten als 1 oder 2 hochladen werde oder machen werde je nachdem wie viel Zeit ich in Series time stecke also mit Kopfhörer lässt sich der Lüfter schon leicht ertragen hier aber in der Aufnahme wird er dann komplett zu hören sind ja tut mir leid aber sind eben diese Boxenlüfter die Lüfter die einfach mit dazu geliefert werden die sind nicht immer so prall aber das muss schon mal ertragen werden was stimmt ich hätte mir irgendwann so ein Ding hier gekauft ob das geht ich hatte helles Schloss vorher noch nie gehabt also keine ahnung ob es auf alle monstern funktioniert oder nicht einfach mal durchtesten bisschen ich habe jetzt schon 83 84 kämpfe gegen Jono 2 gemacht und bis jetzt nur ein rotaum bekommen die wollen dann bin ich dass ich mich ja wieder aber so eine scheiße gehen sie mir ständig doch mal schon wieder müde nach dem Aufstehen schon wieder müde nach dem Aufstehen ja 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 machen jetzt zurück die verdammten meter wieder voraus und dann habe ich das 1 und 2 ich glaube das zieht sich noch eine weile menschen dreimal drinnen weiß ich gar nicht blablabla metalldrachen ja das dick wird immer mehr donner und drachenlastig hat keine doofen bestie mehr drinne ich liebe geidene drachen champion habe ich ja schon so oft gesagt und 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 Ui! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ui, Link am Nexodia. Hab ich den jetzt schon dreimal ab oder hatte ich erst den Rechten bekommen? War ich das den Rechten gehabt irgendwann mal? Oh, egal. Ah, ja. Jetzt ist es schon wieder rum. Oh, wenn euch der Lüfter als wirklich viel zu laut ist als gegenüber dem Letzteren, macht der mal einen Sound aus. So viel quatsch ich ja irgendwie, wie er sitzt. Oder wie ihr eigentlich schon merkt. Ich glaube, da werdet ihr auch nicht viel verpassen. Ich bin froh, dass übrigens alles läuft hier. Und er hat mich schon geschaut. Und er hat mich nicht gehört. Bist nicht hast. Ein rotschmelzender Schatten Auch schon zu oft Ein rotschmelzender Schatten 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 Ein rotschmelzelzender Schatten Ein rotschmelzender Schatten Ahem. Ey, was soll das denn hier? Vier Drachen. Meine Güte. jetzt schon wieder 100 lebenspunkte noch übrig und mit schon wieder klingsturm zum neunten zehnten mal schon naja, fünfmal so, 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 so Ich hab' einen Schatz-Zombie. wieder nichts bekommen ein paar minuten zeit kann man zweimal mit der WLAN kriegen ein paar minuten 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 Qualenfrosch 96 Jäger ein paar minuten 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020